So, wir sind jetzt bei der Katalon Nr. 7. Habanaki, Gebohr am 10.3.2015, Stockpass 1.47. Zürcher von Sunderfeldmann-Recke. Wir sind auf der nächsten Saison von Sunderfeldmann-Recke. Die Abstammung, Karlsitz, Bergdorf bis Wolfgang. Wir sind auf der nächsten Saison von Sunderfeldmann-Recke. Er war der Krimsieger der Führung damals. Ein ganz normaler Jungen. Aber ich sehe hier sehr viel Wunschung. Wir lassen sich in dem und in der Bewegung. Der rechte Typ schön kommt er daher. Das war der Führung der Krimsieger. Und der Führung der Führung. Und der Führung der Führung der Führung. Und der Führung der Führung der Führung der Führung. Auch hier wächst ein Zukunftshengen mit den Möglichkeiten gezogen. Und Sporter an. Habanaki ist aus einer ganz besonderen Weise. ganz besonderweise aus einem hervorragenden Stubenstand bezogen. Ein wunderschöner ausgebrochter Hengst, mit der Erwahl und angelegter Acker. Ein wunderschöner gestoßener Hengst mit angenehmem Interieur. Ein Wunderschöner, sein Vater allerdings.